Hallo und herzlich willkommen zurück zur gepflegten Lego-Unterhaltung. Wie ihr seht sind wir noch flessig dabei. So viel ist es ja nicht mehr. Es ist gut, Wasser auszubauen. Mittlerweile sind wir schon bei Stockwerk Nummer 2, sag ich mal. Und steht in Nummer 7. Das hat schon einmal nicht ganz hingehauen. Mit den Tüchen. So, verzwickt. So, um zu gucken, wie wir weitermachen. Ja, alles klar. Ja, wir müssen das leider erst mal wieder verstellen. Aber das kommt schon. So, tun wir euch erstmal wieder in den Raum. Genau. Die ist noch ein bisschen im Schelterfaden. Cool. Guck mal. Sekunde. Ja. Oh, der Geistertorso. Genau. Der sieht ja cool aus. Brauchst du die Seite oder kann ich auch umschlagen? Äh. Nee, du musst das Buch noch machen, ne? Und was suchst du? Den Kopf? Der ist weg. Den Kopf? Sie brauchen auch keinen Kopf. Die Haare, die Haare habe ich. Na, verwechsel ich doch noch ein Tüchen. Mit einem Running Gag, ja. Und sind auch noch mal Haare? Ja, die Haare sind da, aber der Kopf fehlt. Wo ist der Kopf? Ein Geist, der keinen Kopf hat? Kopflose Nick, wie war das? Ja, der fast Kopflose Nick. Das Buch muss ich klägen, genau. Sir Nicholas. Und wo ist das Buch? Ja, ähm, ja. Tütchen, siehe die zweite. Ich glaube. Oh, die haben mich so gefreut. Oh nein. Und der hat tatsächlich noch eine. Ey, Mann, die Kleinen. Die überseh ich. Die Kleinen übersehst du gerne. Ach, sehr schön. Da ist der Kopf schon. Ist er gleich? Da, der kann doch gar nicht. Bitteschön. Und das Buch. Welche Nummer? 22. Jawohl. Dann kann ich hier schon mal weitermachen oder die Tischformen oder halt. Das ist nur eine Tüte, kann ja gar nicht sein. Ist auch nicht so. Mann, ey. Wir haben uns schon gefreut, dass es nur eine Tüte ist. Och, was hast du dich gefreut? Magical Parts to Fortun and Power. Steht drauf. Magical Parts to Fortun and Power. Genau. Guck mal, das ist Monstergesicht. Das lasse ich auch. Das ist cool. Gibt es auch eine zweite Seite, oder was? Überall. Ja, ja, richtig. Das ist dann wahrscheinlich die, die in der Bibliothek ist. Ja. Genau. Das ist der Bibliotheksgeist. Der Bibliotheksgeist. Bibli-Bibli-Bibliotheksgeist. Der Bibli-Bibli-Bibli-Bibli-Bibli-Bibli-Bibli-Bibli-Bibli-Bibli-Bibli. Der Flandersgeist. Ja, mit dem Buch ist es auch immer ganz schwer hier ran zu machen. Ja, ich weiß. Hatten wir schon mal irgendwo? Ja, bei Bilo, Hedro, 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 Hedro. Es geht's. Aber mit Fummeln. Dann Movi. Ich baue hier schon mal die Seite, weil es wieder mitklingen ist. Ja, ja. Ich kümmere mich der mal um den Tisch. Na, geht's voran? Da. Ich habe das Teil gesucht. Geht's voran? Oh, Leute, 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 Leute. Der mobbt mich. Komm mal her und paut ihn. Ja, genau. Achso, das sind die. Das ist auch cool. Hier so Silbersticker. Als Spiegel, oder? Ja. Die muss ich jetzt benutzen. Dann benutzt du sie. Ach, verdammt. Jetzt habe ich die Klinge gemacht. Das ist nicht schlimm. What? Das ist bestimmt auch so eine Falle. Oder ein Toaster, oder ist das vielleicht? Ah, haben sie den Toaster doch drin. Ja, wenn du das so glänzt, ne? Kann sein. Da fehlt ein großer Schleim. Wobei, den habe ich hier auf dem Tisch. Allerdings auch mit einer Tasse. Aber die sind ja auch ein paar harmlos. Die sind harmlos, ja. Das klingt mir nochmal ordentlich. Viele machen das ja mit einem Pinzett, da her. Das kleben. Mhm. Aber so richtig Pilibe. Ja. Ich mache das lieber freie Schnauze. So. Toaster. Du musst runter. Da ist er. Du brauchst den Tisch, cool. Ja, ja, ich fummle mich da gerade durch. Ich weiß noch nicht genau, was das alles ist. Ja, aber... Du machst das schon. Eine Tasse, die habe ich schon mal gefunden. Und da sind noch genau die vier Beinchen. Kannst den Toaster direkt draufstellen. Ach, da kommt der Schleim her, siehst du? Ja, was ist denn Toaster? Was ist denn da? Viermal. Stühle. Ach, Stühle. Muss man auch dabei sein. Sieht man doch. Da ist ich. All ich offensichtlich, da kommen ja diese Dinger drunter. Das hat man bei den Simpsons, glaube ich, auch. Mhm, genau. Oder ähnlich. Ähnlich zumindest. Ja, wie gesagt, würde ich so ein Neuer finden, wenn sie es schon haben. Das ist ja richtig. Haben. Völlig richtig. Werden wir auch noch so machen. Was denn? Ich muss jetzt mal gucken, was die von mir wollen. Was genau wollen die? Was wollen die wohl? Da. Ich habe jetzt gedacht, die würden hier draufstehen. Das wäre wirklich ein Blödsinn. Die Gäste am ersten Moment zu Hause, als müssten die da draufstehen. Aber das tun sie nicht. Nee, das tun sie nicht. Das ist ein Falscher. Ja. Übrigens will Annalena mit mir Herr Dränger gucken. Ja, viel Spaß. Ja, ich freue mich schon. Lass die Finger von mir. Ja. Auch wenn sie das jetzt sehen solltet, ist es dann halt so. Alles gut. Ja, sagst du so. Ich kenne dich. Alles andere täte ich dir offline. Okay. AFK. Warte, ich mach mal eben Pause. Aber die Folge bei Big Bang Theory ist auch geil, wo Penny im Rechner sitzt und dieses Spiel spielt. Voll süchtig ist, ja. Was bedeutet AFK? Und dann sie selber. AFK. Und eine Amtruhe und blablabla und dann, 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 dann. Folgen, wo sie so ein ganz assig aussieht. Ja, und dann sehe ich hinterher sogar auf Howard einen. Aber solche Sachen werden häufiger thematisiert. Gab es bei den Simpsons, ja auch. Stimmt, ja. Aber ich mag solche Folgen. Finde ich unheimlich klasse. So, du bist schon wieder ein Türmchen weiter. Dann gucke ich mal, dass ich die Dinger unterbringe. Ja, ich baue die Tür. Also, so weit bin ich auch nicht. Nee, ich gucke halt nur, dass wir nichts vergessen, weißt du. Muss ja auch alles seine Richtigkeit haben. Brauche nur mal die Tür. Ja, sieht ja gut aus. Also, die, die hast du. Das waren die beiden hier vorne. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, hier, der darf ein Fenster bauen. Ah, nein! Aua! Echt, Mann! Beide haben das gleiche Fenster gegriffen. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es? Sie kommt auf die Tür. Ja. Es sieht so aus, als würden die Fenster zu mir zeigen. Zu dir zeigen, ja. Habe ich ja auch so gesehen. Alles klar. Gut, dass wir uns da alle sind. Und ein roter, flacher Fierer kommt da noch. Der hier, ne? Ja, das sieht man auch an der Tapete schon, dass sich das fortsetzt. Fertig. Sehr schön. Auch eine Ebene. Ja, ja. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Oh nein! Da war doch was. Déjà vu. Déjà, Déjà Bild. Das heißt Bono-Französisch. Aha. Déjà Construkteur. Déjà Constru. So wie Déjà Ecouté, heißt der nochmal gehört. Schon mal gehört. Déjà Constru. So. Da kommen wir wieder zwei Vierer an. Also langsam, denke ich auch, neigt sich die Etage seinem Ende an. Denke ich auch, ja. Fehlt noch die andere Hälfte, quasi. Vom Haus, ja. Es wird ja passen, Tüte sieben, Hälfte vom Haus, das kommt ja auch etwa hin. Hm, das stimmt. Schaff es, schaff es, Riesle, boi. Kommt da zwei Vierer an. Jo. Okay, du bist schon da drüben? Ich bin schon da drüben. Brauchen wir das zweimal? Nice. Schon wieder darf ich nichts machen. Und dann beschwert er sich wieder. Ja, genau. Immer zu dünner Tu. Immer macht er nichts. Nein, alles gut. Ich bin ja froh, dass du mir da überhaupt bei hilfst. Hey, wow, ist doch ein cooles Set. Stimmt. Weil, also laut Kritik hat einer alleine 14 Stunden gearbeitet. Ja, die Hälfte kriegen wir auch voll. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das alleine ewig dauert. Das ist schon bald eine Lebensaufgabe. So. Also ich hätte mir durchaus schon andere Aufbauvideos angucken können, im Schnellverfahren zumindest. Habe ich ja noch nicht getan. Nee. Macht dann ja auch irgendwie die Überraschung kaputt. Das stimmt. Weil ich wollte halt gucken, was man so entdecken kann. Das ist ja auch so ein bisschen so bei Lego immer so. Man braucht es ja nicht nur, man entdeckt ja dann auch einiges. So die Feinheiten, ne? Genau, exakt. So wie jetzt mit der Küche oder so, mit dem Toaster. Findet schon ganz cool. Ja. Oder Porno eben. Oh nein! Was habe ich denn da vergessen? Tettel für den Kuchen. Hier ist diese. Nee, den habe ich vergessen. Den kenn ich gar nicht. Oh, den kennst du. Ja, irgendwo hatten wir den schon mal, ne? Ja, aber den Grau hatten wir den. Okay. Ist auch eine Höhe. Kann es Hogwarts sein, die auch schon? Ja. Ganz das. Das muss bestimmt auch groß gewesen sein. Nee, das war kleiner. Ja? Ich habe nur mal nachgeguckt. Ach, Luschen. Ja. Ach, die Rahmen brauchen wir zweimal. Ja, du könntest ja schon mal die Rahmen dort zusammenbauen. Vielleicht haben sie bei den Hogwarts auch gesagt, das ist mehr was für Kinder. Und die müssen sich das ein bisschen leisten können. Das kann auch sein. Auch wenn sie immer gefragt werden, was würden sie für das selten ausgehen. Ja, damals ja nicht. Ach, das war eine Zeit, wo es die Lego-IDs noch nicht gab? Genau. Toll. Jetzt hast du es ja schon zweimal geworden. Oh, die Fenster, habe ich doch gesagt, kannst du schon mal vorbereiten. Habe ich doch gesagt. Ja, nicht so. Hoffnungslos. Hoffnungsloser Fein. Aha, jetzt brauchen wir da hinten weiter. Ach, schon wieder das, wo wir so reinklemmen. Oha, das ist letztes Mal muss schiefgehen. Diesmal bitte vernünftig. So, dann brauche ich nochmal flachen. Wo bist du mein Zornelie? Ach, guck mal. War ein schreckliches Lied, ja. Ich wusste doch, da war ein Zornelie nicht mehr anwollt. Irgendwo war Zornelie. Aber sie sind doch durchaus rausgekommen damit, ja? Naja, groß. Mit diesem Scheiß. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ja, Matsch, Schatz und zurück. Kann man in dem Fall ja echt so sagen. So. Die anderen beiden Fenster kannst du auch direkt reinsetzen. Oder mache ich es. Hier noch ein flacher 2er davor, oder? Ja, auf der einen Seite ein flacher 2er. Hier ist zum Beispiel einer. Komm ich bloß nicht so an, wenn ich das drin mache. So ist halt... Von meiner Seite, ja. Und diese doppelte 2er hingraubt habe ich hier. Perfekt. Sehr schön. Aber ich wusste ja nicht, dass sie da hinten noch so eine Aussicht haben. Ich auch nicht. Vor allem so eine große Fenstermann, ne? Also denkt man gar nicht. Oh nein! Das ist niemals wieder gut zu machen. Du hast den Kaffee in guten Kaffee verschüttet. In den guten Kaffee. Genau. Garst Kaffee. Ach komm, was die an Merchandising hinterher alle hatten. Also ich filme jetzt. Hey. Irgendwas? Hm, was denn? Warum habe ich die hier hingesetzt? Weiß ich doch nicht. Weil die da hingehören. Deswegen. Da fehlen die Routen noch hier zwischen. Die haben irgendwie... Ja sicher, du hast die Routen nicht hier gemacht. Ja, das ist ab. Das ist doch irgendwas... Irgendwas ist immer. Ja, dann wird das doch gleich viel besser. Aber ich kann nicht erkennen, wie die Routen das sind. Ein Zweier und dann so ein Um-die-Ecke-Dingen oder was? Ja. Um die Ecke-Dingen? Ja. So ein Teil. 92 Grad Ecke. Ey Gott. 201, okay. Alles klar. So, Problem gelöst. Ja. Nächste. Nächster Problem. Ja, genau. Sehr biete mehr. Und ich habe noch ein Problem zu vergeben. Wer hätte noch? Die Problemlöser. Die Problemlöser, genau. Wir lösen jetzt Problem. Egal wie knifflig. Egal wie viele Steine. Das stimmt. Und wenn ihr den Millennium Extended Version habt, dann schickt ihr uns den zu. Wir wollen ihn auf. Und wollen ihn wieder auseinander. Schicken wir ihn zurück, genau. Wollen ihn wieder auseinander und schicken ihn zurück, genau. Von wann ist der? Neust du halt irgendwas? Ich glaube, hast du noch... Ja, richtig. Oder wir nehmen es auch gerne als Sponsoring. Der würde bei Tobias bestimmt ein gutes Zuhause finden. Da fährt ich gar keinen Platz. Weißt du, wie riesig der ist? Wir nehmen ihn trotzdem. Der ist richtig riesig. Da. Da steht so. Die Fassade sieht so geil aus, ne? Ja. Die Abwechslung und so. Das sieht so geil aus, ja. Hammer. Hammer, Hammer. So, zweimal. Zweimal. Yeah. Jeder hat was zu tun hier. Fress ein und machen, Alter. Boah. Frech hier. Das ist mein Mund nicht verbieten. So. Nein. Du darfst ja ruhig sprechen. So ist es ja nicht. Es darf halt nur kein Wort rauskommen, was du sagst. Wie ist das denn jetzt geholt? Ach so, da kommen noch ein Zweier drauf. So ist das gemeint. So ist das gemeint. So ist das. Yeah. So. Und das kommt da. Leider Fassade. Auf die Fenster, ne? Auf die Fenster. Mittendrauf, oder was? So? Oder wie mein? Ja, so habe ich das auch. Ja, so verstehe ich das auch. Lass mal mal gucken, ob es... Aber es sieht ja auch so aus hier. Ist versetzt, ne? Das ist nicht eine Reihe. Genau. Deswegen. Ach her, ich habe hier die Platten noch. Platte? Ach so. Platte. Platte. Eckart. Eckart. Hol mal die Platten. Guck mal hin, Kerl. Ich glaube, die Hosen sind da. Ah, jetzt hast du deine Heizungsrohre auch hier drin. Sag ich doch. Oder was das immer ist. Ah, dann mache ich das. Ich mache das. Genau. Das ist das. Wie immer, jeder eine Seite. Ja, das ist halt eine schöne Taktik auch. Ja. Man kommt sich nicht in die Quere, aber da klaut sich keine Teile. Genau. Ne, wenn ich meine Zweck. Was ist denn noch weniger dann? Ah, grüß mich. Und da. So, jetzt brauche ich noch ein Vier, da. Hm, einer da. Und zwei davon. Noch ein Grau, einer. Das lichtet sich. Das macht es nicht immer in meinen Zylinder? Ja, genau den. Ja, manchmal sieht der andere dann besser als der andere. Noch immer wieder gern. Was sagst du? Alles. Wie alles. Ach so, das ist so ein langer Platter. Okay, den habe ich hier. Sonst fehlt mir der flache Vierer noch. Der hier so quer rüber geht. Ah, siehst du? Du hast eben Augen für flache Sachen. Das klingt. Katschli ich nicht. Ah, den hast du hier schon mal. Mhm. Die andere Seite. Doch, das hast du gemacht. Das hau mich aus. Okay, alles klar. Alles klar. Alles fertig. Okay, okay. Was muss ich denn da bauen? Ah ja. Sowas mit Zweiern und sowas mit Vieren. So, die Zweifärer rum hier. Zack. Schön, richtig schön. Und jetzt kommt die Flach. Ja, das irre ich doch. Immer wieder flach hier. Obwohl, da kommt erstmal noch deine Reihe drauf. Ja, Hexen kann ich nämlich. Ja, ist ja gut. Ist ja nicht schlecht. Ja, doch. Du hättest ja nicht fällig sein können, Mensch. Was bist du für Lenni? Ist ja okay. Du kannst ja nicht hexen. Den ganzen Tag nur sauber in den Kopf. Kannst ja nicht hexen. Das ist ja auch ziemlich viel. Da sind zwei aufeinander. Zack. Oh, dann muss ich das bei mir wahrscheinlich auch korrigieren. Und jetzt machen wir uns noch mal eine andere Tischdecke zu legen. Schwarz ist doof. Schwarz ist richtig doof. Blau ist eigentlich auch nicht so toll. Das Grün ist nicht schlecht. Das Grün ist schon gut. So, jetzt bist du dabei, die Umrandung schon drauf zu machen. Dann schließe ich mich doch mal spontan an. Damit das wieder eine Ebene wird. Deswegen bauen wir das, damit das alles Ebene wird. So, jetzt ist das auch alles fest. Ja, das ist ja immer nur ein Zweck der solchen Sachen. Ja, in der Regel schon. Hast du noch flache... Ja, genau, genau. Alles mal vorenthalten. Ja. Kommt weg. Da sind wir so Balken drüber nachher. Oh, siehst du, diesmal habe ich ihn bauen. Weißt du noch, sonst konnte man anlegen, passt. Stimmt. Ist auch nicht mehr Lego, ne? Ja, weil es hier keine anderen Größen gibt, deswegen. Meinst du, sind alle gleich große? Ja, genau, deswegen. Das kann natürlich gut möglich sein. Das ist so. Ja, ist ja gut. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf in sechs. Ja, die brauche ich ja. Ah, da macht schon Bescheid hier. Ja, die kenne ich ja. Die habe ich ja in einer anderen Tüte gehabt. Jetzt habe ich den gebaut und was mache ich jetzt damit? Achso, das wird so davor geknackst. Wird so davor geknackst. Aber da musst du aufpassen, da kommt nämlich ein Sechser und dann der erste, der andere. Moment, stimmt. Und die andere muss dann mal hier reindrücken. Achso, ja, verstehe. Ja, die anderen gehen werden durch. Die gehen hier durch. Achso, das war so ganz lange. Ja, die sind schon länger. Hier kommt noch einer dagegen. Mal schauen, was hier passiert. Da habe ich den, da habe ich den. Einmal so einer. Aber es ist cool, dass du diese Balken dann auch wiederholst, ne? Also hast du auf jeder Etage schon einen Balken. Das ist schon krass. Da kommt dann noch mal so einer gegen. Wobei, dann würde mir je eine Heiterung fehlen. Ah ja, fehlt auch. Alles klar. So, dann passt das nämlich auch. Ja, das ist immer so verschachtelt. Ja, ist ja, ich muss halt nur gucken, wie du vorhin schon sagtest, wo packe ich. In welchem Loch packe ich was. Ganz genau. Ist das korrekt? Ja, ist korrekt. Ja, ist das korrekt. Da fehlen drei. Das ist der schwarze. Jetzt kommt noch einer davor. Also so ein langer. Da kommt noch davor, ne? Oder da irgendwie. Dann ist der nämlich nicht korrekt. Doch, der ist korrekt. Der ist halt von da. Ja, ist die Frage. Der kommt doch jetzt erst da drauf. Nein, nein. Also das ist... Der Graue kommt ja... Der Graue kommt ja in den neuen, hast du recht. Aber der, der da hinten... Ach, da war noch ein schwarzer drin. Ja, genau. Dann sagt er doch. Das meine ich doch. Das hast du aber nicht gesagt. Ich kann dir auch sagen, guck dir das mal an. Ich meine, das da hinten, das da. Nee, das ist runde. Ja, ist halt ein schwarzer drin. Warum sagst du nicht das runde? Ja, hab ich doch gesagt. Warte. Noch nicht. Das war es. Nee, da kommt noch... Ach ja, die blauen hast du. Die blauen sind von vorhin. Aber ja. Ich baue schon mal die Lampen. Hier kommt der Sechser durch. Dann passt das. Die Lämpchen. Ja, diesmal darfst du die Lampen machen. Ja, schon dabei. Mach doch einfach fertig. Mach mir die Lampen. Bleiben sie ruhig. Lappen, 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 Lappen. So, einmal. Entschuldigung. Alles gut. Ich werde hier noch mal schmerzen. Ich werde verklagt. Früher oder später. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das war dumm. Das hätte ich vorher machen sollen. Okay. Dann haben wir das jetzt. Okay, habe ich mir verzählt. Nee, der eine stößt dagegen. Ja, dann passt das. Dann mache ich die Reihe erst fertig. Dann kommt hier noch ein grauer. Oh, da kommt so einer. Die kommen auch noch davor, genau. Die hängen wieder nicht mehr. Daneben meine ich. Okay. Und so, hier. Da bin ich noch nicht mehr. Okay. Lämpche. Lämpche. Ansparung pur. Und jetzt kommen die Dinger wieder da dran. Ja. Ja, ich fülle jetzt mal auf. Ja, mach das mal eben hier. Die vierzehn Stück noch. Zwölf. Zwölf. Diesmal sind es zwölf. Und dann kommt das. Und dann kommt das. Der Druf. Ach so. Okay. Ja, das sind ein bisschen. Das ist sehr richtig. Einfach böse. Das ist da. Das ist da. Ach so, der ist versetzt. Das geht gar nicht anders. Drei frei. Ja, die Perspektive macht es manchmal unmöglich. Direkt dahinter. Ja, das sieht doch gut aus. Wahrscheinlich einer in der Mitte noch oder so. Einen hier hin, genau. Und dann war es das noch. Perfekt. Hast du den zwölf? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ey, fuck. Siehst du? Wollen wir denn einen vergessen wahrscheinlich? Weil wir nebeneinander sind hier am Anfang direkt. Ah ja. Deswegen. Ja, da kommt bestimmt so ein Druf. So. What the hell's? Ups. So, und das kommt wie gehabt. Da hin. Ja. Vorsichtig. Cool, das bringt. Perfekt. Coole Sache, echt. Schön, 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 schön. Schön, schön, schön. In jedem Raum, die Lampe. Schön. Und jetzt kommen hier um die... Pladden. Die Pladden. Die Pladden. Pladdenbau. Ja, da ist noch so eine Ecke drin. So eine graue. Ach so. Ich hab mir schon gedacht, dass das gleich kommt. Also ich hab mal gedacht, sag mal nix. Ja, danke. Sehr nett. Das wird er schon sehen. Sag mal nix. Sag nicht. So nett ist er zu mir. Ja, komm. Ist dann doch die Sache süß. Und wie Schilden sagt, Rache wird am besten kalt. Sehr, sehr, sehr. Genau. Das hat Fans auch immer gerne. Gibt's ja auch diese Folge, wo er sich mit Penny so hat, dass er dann ihre Wäsche auch vielleicht draußen über die Räuser spannt. Ja, genau. Stimmt. Aber die Lampe ist sogar direkt über den Tisch her. Ja, die ist echt cool. Hier hat mitten ein Flachzimmer. Ja. Also auch sehr durchdacht hingegangen. Flache Einheit, ich komm mal hier drauf. Hast du Glück? Na, sieht gut aus. Äh, hier fehlen auch. Hier fehlen auch. Äh, ja, das sieht man hier. Das kann man ja eben machen. Ich blöde da mal weiter. So. Und hier vorne die Dinger fehlen auch. Ja, das kann man ja auch eben. Lass mich machen. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Muss ja auch verziert werden, den... Ja, das ist beides. Sowohl Verzierung als auch... Stabilität. Beziehungsweise Funktionalität. Weil wenn die Ecken aufeinander stoßen, muss es zu sein, aber eben auch leicht zu öffnen sein. So. Jetzt darfst du es sogar draufsetzen, wenn du willst. Stimmt. Sie stellen mal hier. Ja, ist ja gut, das ist ja gut. War das mal eine Mitte? Ja. So, Hochzeit. Oh, das Schild ist schon abgefallen. Yeah. Nicht ganz, oder? Ach doch, ja, ja, ja. Ja, ja, du kannst es sonst so machen. Geiles Ding. Ja, hammerschick. Genau, so ist es. Geil. Aber ja, nur geil. Ihr könnt das noch gar nicht so richtig sehen, ne? Doch, wenn man sich jetzt schauen, ist okay. Ja, jetzt wollen wir noch hier drauf und da drauf. Und hier drauf und da drauf und da drauf und da drauf. Auch so ein bisschen haben wir noch, hm? Ja. Aber die Folgen werden wesentlich kürzer schon. Alles klar. Alles klar. Dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Tschö. Tschö. Ciao. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschö. 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 Tschö.